Hallo Leute was geht und herzlich willkommen zu meinem ersten, ich meine zu meinem zweiten Waldvideo, letztens habe ich auch ein Waldvideo gedreht und ich habe es versprochen, dass ich mit euch mal meine Hütte verbessern werde, kurz nochmal zum Nachdenken, hier ist die Hütte, falls ihr nochmal genauer sehen wollt, da unten. Hier ist das Ding, aber jetzt fühle mich das noch schnell, aber das Update haben wir heute dran, deswegen mache ich es mal kurz, deswegen, und da wollte ich hier unten zum ersten Mal hier diese ganzen Stöcke wegrollen, aber es könnte auch ein bisschen dauern, deswegen fühle mich das schnell in Zeitraffer ab, mit einem kleinen 500 DQ, Cut, wo ich dann Zeitraffer ändern werde, aber ich werde nicht weiter sagen, falls ihr YouTuber seid, oder kleiner, deswegen würde ich jetzt sagen, wir, ich drehe kurz das zweite Video mit Zeitraffer. Ich habe jetzt hier in der Enke ein bisschen aufgeräumt, weil demnächst wollte ich eigentlich noch einen machen, wo ich dann hier dann noch demnächst aufräumen möchte, aber auf jeden Fall möchte ich dann hier die ganzen Stöcke hier alle auf dem Boden ein bisschen wegrauben, dass ich dann hier noch ein bisschen erweitern kann, meine Hütte, wovon meine Freunde nix wissen, und die wissen leider auch nicht, dass ich einen Kanal habe. Das liegt daran, weil das nicht wenige Leute wissen, und das ist eigentlich der Grund, nur warum. Aber ich, ist auch egal, auf jeden Fall will ich dann hier noch in der Enke ein bisschen was bauen, später, aber das will ich, aber ich wollte euch eigentlich nur zeigen, was ich demnächst dann machen möchte. Das werde ich dann leider nicht aufnehmen, oder in Zeitraffer, äh, wie nachdem, oder, ach, was weiß ich. Aber sonst werde ich eigentlich sonst nicht sehr, sehr viel aufnehmen, aber wenn ihr noch einen dritten Teil haben möchtet, und da sind halt diese ganzen Stöcke weg, dann kann ich hier noch die Hütte weiterbauen mit euch. Das Video ging halt nur so drei, vier Minuten, wenn man es zusammenschneidet, weil ich bin jetzt auch nicht der super Mathe-Profi, aber ist jetzt auch egal. Egal, deswegen muss ich noch kurz hier aus der Enge, Engelgetriebe, aus der Engelgetriebe kommen, weil, ach, guck, so, ja, so, so, so geschafft, und hier, das sind nix, bin dann nicht überquert, und jetzt, da habe ich jetzt hier unten ein bisschen aufgeräumt, aber wenn ich das ganze Stück hier aufgeräumt hätte, das werde ich wahrscheinlich nicht filmen, filmen, denn, ähm, dann können wir den, dann können wir den nix noch mit Stecken da, auf diesen Berg da bauen, und dann, was weiß ich noch machen, äh, das können wir dann in den dritten Part machen, äh, äh, wenn ich keinen Hunger habe und was gegessen habe, und was getrunken habe, weil ich habe gerade eben Saurunger und Saururst, falls ihr wisst, aber, das geht jetzt auch schon so vier, fünf Minuten, das müsste eigentlich reichen, obwohl es ein bisschen kurz war, aber, mein kürzestes Video war halt, eine Minute, eine coole Bahn zu schätzen, könnt ihr auch mal kurz vorbeigucken, 41 Aufrufe, denke ich, glaube ich, oder weniger, mehr, was weiß ich, aber, das war's mit dem Video, Tschüss, Tschüssikowski, 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 Tschüssi, Tschüssi, Vielen Dank.